Welche Eindrücke nehmen Sie heute vom Lagergelände mit? Also erstmal nehme ich mit, dass hier eine riesengroße Vorfreude herrscht in Wittstock, dass die Menschen sich auf die Lager freuen und dass sie sich auf viele Gäste freuen. Wir rechnen ja mit deutlich mehr als 100.000 Besuchern. Ich glaube, der Veranstalter sagt 300.000. Das ist natürlich dann auch schon logistisch eine große Herausforderung. Es ist eine riesen Vorfreude da. Die Investitionen sind gut vorangekommen. Es gibt eine enge Zusammenarbeit hier in der Region. Es gibt eine enge Zusammenarbeit in der Stadt. Und es gibt aber auch eine enge Zusammenarbeit mit Potsdam, sodass ich der festen Überzeugung bin, dass alle Baumaßnahmen rechtzeitig fertig wären und wir dann uns freuen können gemeinsam auf eine wunderbare Lager im Jahr 2019 hier in Wittstock. Von April bis Oktober 2019 wird Wittstock das schöne Schaufenster des Landes Brandenburg. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Und diese Landesgartenschau, auch davon bin ich fest überzeugt, wird Wittstock einen großen Schritt nach vorne machen lassen. Und weil die Maßnahmen, die hier ergriffen werden, um diese Lager möglich zu machen, die Investitionen, nicht nur Investitionen sind in die Landesgartenschau, sondern sie sind Investitionen in die Zukunft der Stadt. Und dafür bin ich dem Bürgermeister Jörg Germann ganz besonders dankbar. Gibt es denn etwas, was Ihnen besonders gefallen hat heute? Besonders gefallen hat mir der große Zusammenhalt, dass alle miteinander reden, dass man versucht, gemeinsam Lösungen zu finden. Besonders gefallen hat mir auch, dass wir hier ein sehr kompaktes Landesgartenschau-Gelände haben. Das sind insgesamt circa 18 Hektar. Alles gut zu erreichen. Also wenn die Menschen denn hier sind, können sie alles gut zu Fuß erreichen und die unterschiedlichsten Highlights. Und ganz besonders gefällt mir, dass die Geschichte mit dem Museum des 30-jährigen Krieges hier auch eine große Rolle spielen wird. Und ich glaube, dass auch was diesen geschichtlichen Bereich betrifft, Wittstock eine Menge mehr zu bieten hat, als viele Leute momentan in Brandenburg und weit darüber hinaus ahnen. Und deswegen ist es eine Gartenschau, die nicht nur gärtnerische Höchstleistung präsentieren wird, sondern sie wird auch zeigen, welche große Geschichte das Land Brandenburg hat, welche große Geschichte auch die Region Wittstock und Umgebung hat. Jetzt mal eine ganz private Frage. Haben Sie einen grünen Daumen? Welche Pflanzen findet man bei Ihnen so im Garten? Also einen grünen Daumen würde ich nicht behaupten. Dann würde meine Frau mir wahrscheinlich das Gegenteil beweisen. Meine Frau ist da deutlich talentierter als ich. Aber wir haben einen ganz normalen Garten. Wir haben Obstbäume, das sind Süßkirschen, drei Süßkirschbäume, einen Sauerkirschbaum. Wir haben einen Weizenapfelbaum, zwei weitere Apfelbäume. Dann habe ich noch Himbeeren, dann habe ich noch Blaubeeren. Und natürlich, wie könnte es in Forst anders sein, ich habe Rosen und weitere Zierpflanzen. Und wir haben einen kleinen Teich mit Goldfischen. Und ich freue mich immer ganz besonders, wenn ich mal Zeit habe, auch im Garten zu sitzen. Vielen Dank. Alles Gute, danke.